Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe euch geht's gut, mir geht's jedenfalls gut. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Creepy. Ja, Creepy hat sich ein bisschen verändert. Ich möchte erst mal dazu was sagen, weil sonst... Und zwar werde ich jetzt im Hintergrund immer Spookys auf Jumpscares, das heißt nicht mehr so, aber naja, den Endless-Mod spielen. Und ja, ich werde jetzt zum Beispiel auch, das ist eine neue Creepy-Reihe, die heißt 5 kranke Videos und die sind wirklich saukrank. In dieser Folge, da ist die erste, es gibt nur 4 Videos, weil man muss echt ganz... Ich kann sehr viele und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß. Ich werde zwischen den einzelnen Filmchen auch nicht, oder Videos auch nicht reden, damit die Atmosphäre irgendwie nichts, äh, boah, zerstört wird. Ich wünsche euch einfach viel Spaß und bis am Ende des Videos. Ich wünsche euch einfach viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einfach viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einfach viel Spaß. Ich wünsche euch einfach viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einfach viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einfach viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020